Ich habe jetzt mit einem Gadget gerechnet, aber jetzt... Wieso? Das ist doch ein Gadget im Prinzip! Das kann was! Das ist mega geil! Das kann was! Ein Gehirn ist nicht drin, Snoopy ist auch nicht drin, liebe Freunde. Master Level, also hör mal! Flabber! Pipak vermutet, es ist Flabber drin. Flabber würde doch nicht so toppen klingen. Flabber ist ja eher so feucht.